Energiegeld für Rentner beantragen. Am 9. Januar 2023 beginnt die Antragsfrist. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie können sich vielleicht noch daran erinnern, im letzten Quartal 2022 hat uns die Energiepreispauschale für Rentner wirklich den Atem gestockt. Und wir haben ganz, ganz viele Anfragen zu diesem Thema bekommen. Wir haben viele Beiträge zu diesem Thema gedreht. Wir haben auch viele Beiträge auf unserer Internetseite Rentenbescheid24.de zu diesem Thema eingestellt. Wir haben ein FAQ gemacht und so weiter und so fort. Und Sie können sich vielleicht auch noch daran erinnern, dass am 7. Dezember 2022 die erste große Auszahlungswelle der Energiepreispauschale 300 Euro für Rentner durch die gesetzliche Rentenversicherung erfolgte. In dieser ersten Welle gab es aber auch Leute, Rentnerinnen und Rentner, die die Energiepreispauschale nicht erhalten haben. Und jetzt am Anfang Jahres 2023, Januar 2023, soll es nochmal eine zweite Auszahlungswelle geben, wo auch diejenigen Rentnerinnen und Rentner noch die 300 Euro bekommen, die von der ersten Zahlung im Dezember 2022 nicht erfasst waren. Dazu müssen Sie keinen Antrag stellen. So hat es auch die deutsche Rentenversicherung auf Ihrer Internetseite bekannt gegeben. Aber auch in der zweiten Auszahlungswelle kann es passieren, dass einige von Ihnen die 300 Euro Energiepreispauschale immer noch nicht gezahlt bekommen. Ja, was machen Sie dann? Und da hat der Gesetzgeber festgelegt, dass Sie dann ab dem 9. Januar 2023, das ist der Montag, einen gesonderten Antrag stellen können. Wo können Sie den Antrag stellen? Bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum. Sie machen das ganz einfach, indem Sie Ihren Rentenbescheid nehmen, Ihre Rentenversicherungsnummer dort sehen und dann einen formlosen Antrag auf Auszahlung der 300 Euro Energiepreispauschale bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee stellen. Das ist an sich überhaupt kein Problem. Weitere Anspruchsberechtigte sind generell erst einmal ab dem 9. Januar 2023 berechtigt, einen solchen Antrag zu stellen. Und zwar sind das die Auslandsrentnerinnen und Rentner, die in Deutschland leben und eine nach EU-Recht der deutschen Rente gleichgestellten Altersversorgung aus dem Ausland erhalten. Auch diese Versicherten dürfen ab dem 9. Januar 2023 einen Antrag auf die Energiepreispauschale bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee in Bochum stellen. Die müssen genauso wie Sie auch einen entsprechenden schriftlichen Antrag stellen. Und der letzte Tag, an dem Sie einen solchen Antrag im Jahr 2023 stellen können, ist der 30. Juni 2023. So ist es der aktuelle Stand, den wir derzeit am 7. Januar 2023 haben. Also an alle Rentnerinnen und Rentner, die in der zweiten Auszahlungswelle Anfang Januar 2023 die 300 Euro Energiepreispauschale immer noch nicht erhalten haben, bitte keine Sorgen machen. Sie können zumindest am 9. Januar 2023 einen schriftlichen Antrag stellen. Vorher müssen Sie das nicht machen. Macht auch keinen Sinn, weil wir ja jetzt Wochenende haben. Insoweit kann ich Ihnen also nur empfehlen, schriftlichen Antrag stellen, Ihre Versicherungsnummer nicht vergessen und Unterschrift auf den Antrag. Und dafür sorgen, dass der Antrag auch nachweislich in Bochum bei der Deutschen Rentenversicherung Knappschaft Bahnsee eingeht. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.